Das schöne Wetter lockt nicht nur Wanderer, sondern auch Mountainbiker in die freie Natur. Konflikte mit Waldbesitzern sind vorprogrammiert, denn das Fahren mit Mountainbikes auf Forststraßen ist verboten und nur in Ausnahmen erlaubt. Heute haben sich Befürworter wie Gegner der Fahrverbote für ein besseres Miteinander ausgesprochen. Eine Ausfahrt mit den Mountainbikes, das schöne Wetter lädt derzeit dazu ein. Auf dieser Forststraße ist das Fahren erlaubt, sie ist damit jedoch eine Ausnahme. Denn grundsätzlich gilt, auf Forststraßen ist das Mountainbiken verboten. Eine Regel, die die Landwirtschaftskammer befürwortet, vertritt sie doch viele Waldbesitzer. Es ist ja nicht von ungefähr, dass es diese Regelung gibt, dass sie in der Wald nicht generell für das Mountainbecken geöffnet ist. Es macht auch Sinn, weil der Wegehalter auch entsprechende Verpflichtungen auf sich nimmt und vor allem insbesondere auch die Haftungsregelung geklärt sein muss. Für freie Fahrt im Wald treten hingegen die Naturfreunde auf. Wenn man hier jetzt den Radfahrer auf das Niveau eines Wanderers reduziert, das heißt, wenn alles das, was einem Wanderer zumutbar ist, auch einem Radfahrer zumutbar ist, dann wäre das ein Lösungsansatz, um dieses Haftungsthema ein für alle Mal zu lösen. Und dann kommen auch die Jäger ins Spiel. Sie fürchten bei zu vielen Mountainbikern, dass Wildtiere weniger Ruhe haben. Laut den Naturfreunden könnten diese Gebiete ausgeschildert und mit Fahrverboten belegt werden. Der Auslöser für die Diskussion rund um die Forststraßen kommt aus Niederösterreich. Im Bezirk Melk ist jemand sogar mit einem Motorrad auf einer Forststraße gefahren und vom Besitzer mit dem Auto angefahren oder sogar überfahren worden. Das gilt es noch zu klären. Nicht nur deshalb sprechen sich Befürworter wie Gegner in Oberösterreich für ein besseres Miteinander in der Natur aus. Derzeit ist ein Bruchteil aller Forststraßen in ganz Oberösterreich für Mountainbiker frei. Laut der Landwirtschaftskammer sind es über 2600 Kilometer Strecke im Mühlviertel, im Enstal und im Salzkammergut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017